Hol mir den Platz, die du dir gehst! Berlin ist Teil der dritten Tour für Jugendkultur, also ihr emzt die Trisse! Oh Scheiße! Ready guys? Ja, ready! Okay, dieses Battle beginnt jetzt! Gib mir eure Hände! Für Trisse und für Sami! Mein Handy war schon lange an, mein Style trendy, hab gewartet bis die Show, wo es geht! Latin, Gold, Rot! Das ist dritte Tour! Und eine ist keine, deswegen Reihe! Das ist eine Tasche! Von Creep Beefs! Das ist eine Tasche! Von Creep Beefs! Creepy sind da drauf, Nike, ja! Und kein CO2! Peace, yeah! Was für CO2! Mach mal lieber 3! Drei klatschen, links, rechts! Bin ich auch vorbei! Ja, hier mein Drop-Damn! Ja, hier mein Drop-Damn! Hier kommt doch was eigentlich mein Teams! Mein Make-Is-Fight, ja! Und du singst zu weit, ja! Was für linkes Wein! Komm mal lieber roter und lutsch mein drittes Wein! Und 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 jetzt muss track mich MC Trisse hierher! Das ist 0815! Du kannst uns nicht bringen! Was für 15! 15 Jahre alt! 15 Jahre besser! 15 Jahre knallen! Jugendkultur! Schon mehrere Jugendhäuser erkundungstur! Kultur erkundst nur! Die Volks! Was willst du mit Volks? Du bist Jugendkultur, von Talent keine Spur! Geh mal weg! Befreie ich dich nicht nur! Oh, shit! Ihr seid doch wohl mit meine MCs! Dieser Junkie! Du gehst nach Haus! Du kleine Maus! Ich bin wieder weg! Und das ist ein Fakt! Er will sich mit mir treffen! Doch pifft nicht mal den Takt! Das ist Nacht! Ja! Geh nach Haus! Denn eine MCs raus! Ja! Ich fick dich gerade! Doch bei mir ist das ein Liebeslied! Er will Dis-Track machen! Doch mach's Dis-Tracking-Beat! Ich kenn' dein Liebeslied! Denn Liebe! Wir benutzen den MCs! Mein Gold, Rollen, Skitja! Rollen, Petra! Wie wie wie! Guck mal bitte! Wie ich dich jetzt natsche! Das einzige Gold ist meine Platte! Platte! Ratte! Epsies! Du bist eine Ratte! Du bist eine Ratte! Du bist eine Ratte! Stark! Applaus! So, jetzt müssen wir mal das Publikum fragen! Kommt mal her! Kommt mal her! Ich frage euch! Kommt mal her! Also! Ich zeige auf die Seite und ihr macht Lärm! Okay? Okay! Ja, kriegen wir hin! Sehr gut! Ja! Ja! Das Publikum hat entschieden! Und Trisse! Gib mir doch einen richtigen fetten Applaus für Trisse! Also wirklich! Der ist überall! Auf jeder Veranstaltung ist Trisse! Ja! Deswegen auch hier beim Battle! Wenn ihr irgendwas wissen wollt in Berlin, welcher Jugendclub cool ist, welche Projekte cool sind, fragt Trisse! Dann folgt mir auf Tristan Rap Art und vieles mehr! Wie heißt sie nochmal die Instagram Seite? Tristan Rap Art und vieles mehr! Ja! Okay! Checkt ihr ab! Okay? Das ist auch bei uns auf der Sprühlinge Seite! So, dann vielen Dank! Bitte! So! Jetzt geht's weiter!